Also, könnten wir uns etwas ausführlicher darüber unterhalten, wieso Joe, Seth, mich nicht mag? Und was soll das bringen? Du magst ihn doch ebenfalls nicht. Richtig. Hört zu. Ich kann euch beide lieben, auch wenn ihr euch nicht ausstehen könnt. Die Meta-Wesen-Alarm-App. Nicht aufhören zu singen, alter Mann. Das ist unser Lied. Also, welcher von euch, Salon-Löwen, ist im falschen Universum? Hm. Händchen hoch. Nicht so schüchtern. Hey. Nein. 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 Hallo, Süßer. Hast du was, dass du mir sagen willst? Nein. Nein? Baby. Hier redet niemand mit mir. Und wenn ich sie zum Schrein bringe? Sissi, Fidi! Alle sofort raus hier! Na los, raus! Ihr beide seid verhaftet. Ladies first. Caitlin. Lang her, dass ich diesen Namen gehört hab. Aber das ist dein Name, oder? Dein wahrer Name. Bitte. Ich kenne dich. Tu das nicht. Wenn du mich wirklich kennst, dann weißt du auch, dass ich den Namen Caitlin hasse. Ich bin Killer Frost. Lauf, hörst du? Lauf, lauf! Iris, vor sich! Oh! Dad! Oh mein Gott. Hey, hallo, Springer. Er ist ein Speedster, Baby. Ich zittere vor Aufregung. Ich wollte immer schon Flash töten. Ich will euch nichts tun. Vertrau mir, das wirst du nicht. Töte ihn! Komm schon! Gott, das macht mich richtig heiß. Es ist noch nicht vorbei, Springer. Barry! Oh mein Gott. Barry. Killer Frost und Deathstorm. Sie kennen sie? Noch wichtiger, die kennen jetzt sie und wissen, dass sie hier sind. Also, Catelyns und Drumneys Doppelgänger sind böse? Die Namen sind aber cool. Es sollte eine chirurgische Aktion werden, Alan. Zooms Unterschlupf finden, Jesse retten, rein, raus, sich in nichts verwickeln lassen. Ja, nur leider bin ich jetzt darin verwickelt. Okay? Joe liegt im Krankenhaus. Er wurde fast getötet. Nicht ganz richtig. Joe West. Ihr Joe West ist gesund und lebendig auf ihrer Erde. Genauso wie Catelyn und Iris. Diese Menschen Barry sind nur Spiegelungen. In ihrem Leben auf Erde eins existieren die nicht. Killer Frost. Deathstorm wissen, dass sie hier sind. Nicht lange, dann weiß es Zoom auch. Dann ist meine Tochter tot. Und das ist dann ihre Schuld. Jesse hat durchaus noch etwas Zeit. Doch Joe und Iris brauchen mich jetzt. Ich muss zu ihnen und ihnen helfen. Sie ist Iris. Sie ist Iris. Okay, das ist sie für mich. Ganz egal, in welchem Universum ich bin. Die zwei sind meine Familie. Ich dachte, sie wissen inzwischen, wie wichtig Familie ist. Ich gehe, Wells. Ich mach's. Finden sie Zoom. Ich mache es für mich. Tschöne. Tschöne. Die Europeans hoste din Ich-Kunsch- mine. Tschöne.